Moin und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, heute ist der Topic dabei. Hallo! Heute spielen wir Master Bull, das ist Minecraft. Ich habe es zuvor noch nie gespielt, deswegen spiele ich das gerade zum ersten Mal. So, ich kann nicht auf PC spielen. Ich würde sagen, du... Nur ich, oder? Ja, nur du, ich kann nicht auf PC bauen und laufen. Wer möchte. Wir wollten uns eigentlich abwechseln. So, es benötigen noch drei Punkte zu beginnen. Einen. Speedstock. Also, wir müssen den Speedstock machen. Okay, das ist echt schwer. Ja, das geht. So? Braun, Braun, Braun. Nein, schwarz, 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 hier. Schwarz? Braun, Braun. Gut. Mach auch so Honig, dass da so Honig rausläuft. Ja, aber erst muss ich den Speedstock so machen. Ey, ich bin nicht so gut mit der Steuerung. Ey, ich bin nicht so gut mit der Steuerung. So. Ich weiß nicht was. Ich baue einfach auf dem Boden. Wieso machst du das? Ich einfach so, dass du einen Baum machst? Das ist zu viel Zeit. Guck mal, ich hab nur drei Minuten. Äh, vier Minuten. Ja, dann mach hin. Ja, das kann ein bisschen warten. Das kann ein bisschen warten. Krass. Ich muss das mal warten. Das ist nicht nur, dass ich mein Handy habe. Da kannst du wenigstens gucken, was die ganze Versetzung ist. Oder was das alles heißt. Ein Bienenstopp. Wie soll man einen Bienenstopp machen? Das ist einfach. Ich hab lange kein Minecraft mehr gespielt, müsst ihr wissen. Nein. Nein, ich hab sehr lange kein Minecraft mehr gespielt. Deswegen weiß ich. Ich hab auch keine Updates, weil ich spiele auf Playstation 3. Ich hab das aus der M. Ja, aber du müsstest trotzdem Updates bekommen. Ich hab aber keine Updates. Welche Vision hast du? Ja, keine Ahnung. Ich hab MPS 3. Ja, das hat nichts mit der PS. Du machst grad eine Biene. Ein Bienenstock. Three minutes. Wie sieht super aus. Wird ja noch. Vielleicht mach ich sogar so einen Großbau. Aber ich hab mir noch genügend Zeit. Ja, zwei Minuten hast du noch, ne? Bester Bienenstock, ne? Ja. Dass ich nur noch Bienenstock aushalte. Ich versuch mein Bestes. Ich geb mein Bestes. Müsst ihr wissen. Ja. Hast du Facecam? Ja, klar. Hast du auch immer. Okay. Sind zwei schnell die raus, ne? Ja. Oh, die sprüße vor. Ja. Oh. Zwei Minuten. Ich seh um. Das heißt, du musst noch eine Minute. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Da siehst du doch noch. Guck mal. Es ist noch eine Minute. Nein. Okay, hast recht. Schwarz. Schwarzer Beton. Du musst den Eingang noch für die Bienen machen. Was mach ich hier grade? Keine Ahnung. Ich hoffe, Leute. Ich hoffe, dass ihr ähm... Einer sieht das schlecht aus. Leute, ich hoffe, ihr habt richtig schöne Ferien bis jetzt. Äh, wir... Die Ferien haben gerade angefangen. Ja. Bis jetzt hab ich auch gesagt. Weil Moritz und ich, wir waren ja gestern im Movie Park Calorien und dazu werden wir auch noch ein Video hochladen. Moritz hat alles gefilmt. Ja. Ja. Alter. Wo sind hier die scheiß Baumespänner? Oh, wir sind schon so broken wegen dir. Okay. Scheiße. Muss ich jetzt beilen. Hab ich nicht gemerkt. Das könnte was werden. Was? Was? Oder? Schnell so ein Baum. Scheiße. Ja. Das wird noch. Soll ich in der nächsten Runde auch was probieren? Weil ich will mich nicht blamieren. Weil ich hab... Ich kann richtig scheiße bauen. Doch, ich kann bauen. Ähm, aber ich kann... Ich hab... Bin aber nicht auf PC geübt. Ich war nur mit Controller. Die letzten 30 Sekunden. Den kommen sogar hier anschließen, ne? Ja. Scheiße. Alter. Na, ne? Was hast du gemacht, Alter? Komm schon. Warte, 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 warte. Warte, zeig mal vor... Zeig mal vor... Zeig mal uns das mal alles. Zehn Sekunden. Komm schon! Du machst das jetzt! Zwei, eins, und fertig! Du musst fertig sein. Ah, nein! Oh, mein Gott! was ist meine augen brennen oh mein gott was hat er da versucht das ist cool der hat ein schwamm dafür benutzt es gibt schon bienenstöcke als block ist okay das könnte ein baum sein mit einem pilz dran ich hab meine augen brennen ich hab den hoh nicht vergessen aber egal nicht alles zu schlecht bewerten wenn was gut ist kannst du das alles wenn das gut ist das ist das ist das ist wirklich gut was sagen die ganzen leute so fliegt mal rum gucken was die ganze leute sagen ich glaube die bewerte gar nicht doch scheiße die haben aber das erkennt man erkennt man aber der hängt so echt am boden man kann sagen das ist echt das ist das allerbeste wenn es schon das gewinnt auf einmal ist da oben was wie hast du dich eigentlich okay das ist gut das ist gut das ist okay als wenn es eine kugel wäre aber die bienen sind gelungen ja mach dann doch einfach gut das ist wirklich gut sogar in einrichtung ich war okay das ist okay ich würde sagen ich würde ich bin nicht gut bewerten ja okay wer hat jetzt gewonnen da ist mein platz zwei so glaubst du dass du ich bin und das hat gewonnen und das hat gewonnen das hat gewonnen das hat gewonnen okay okay das war bis jetzt das allerbeste bauwerk was da gebaut wurde das ist ja auch in der bekannten zeit und war auch in der bekannten zeit nennen wir einen krokodil ein krokodil krokodil das hat das ja ok das wird das jetzt ich muss gar nicht verziehen oder ach nee das ist das falsche das ist dann rot hier rot 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 warum rot für die augen für die augen schwarze augen so dann noch weiß für die augen mach einfach ne krokodil egal ich mach einfach ne krokodil ach mal nicht ich hatte schon mal gebraut ja ok ich will so ne kleine Upps ach noch hier so ne kleine Upps uamm ist das schwarz das wird noch das wird noch ok ok lehn nicht einfach zurück dann mach ich das noch wenn ich mich drück gehen dann sieht man mich nicht mehr so 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 dass wir eben noch alles Keine Sorgen. Krokodile. Krokodile. Hoffentlich ist es das wirklich. Google? Wie nennt man Moritz, wenn er was baut? Alles klar. Alles klar. Moritz Fiege. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Moritz Fiege. Das ist doch gemein. Ich bin weltberühmt. Ich bin weltberühmt. Du hast gerade mal 32 Abonnenten. Apropos. Apropos. Abonnieren. Vielleicht schafft ihr sogar die 40 Abonnenten. Wir schaffen das auf jeden Fall. Hab ich recht? Ist das dein Ziel? Die machen 6 dran nicht. Moritz Ziel ist 40 Abonnenten. Das heißt, macht Moritz unbedingt die 40 Abonnenten. Das würde ihn und mich sehr freuen. Das sieht eher aus wie ein Schlag. Das sieht eher aus wie ein Schlag. Das sieht eher aus wie ein Schlag. Das sieht aus wie ein Dill. Das sieht aus wie ein Dill. Das ist ein Krokodile-Dillsoll. Ist das ein Krokodile? Leute! Bewerft euch mal kolle. Man kann keine Kommentare schreiben. Und wenn, dann wüssten die es ja. Nein, hier. Auf dem Kanal. Ja, das geht nicht. Ich bin zu jung. Ich bin zu jung. Ich bin zu jung. Ich bin zu jung. YouTube habt damit sehr sehr. Ihr habt damit sehr sehr. Also das ist so komisch geworden, was wir da machen. Ich versuche das zu retten mit einem offenen Maul. Bitte. Du kannst das nicht retten. Welche Plätze gibt es? Ich glaube Platz. Welche Plätze gibt es alle? Eins, zwei und drei. Eins, zwei und drei? Ja, okay. Dann wirst du glaube ich Platz 100. Okay, das sieht wirklich jetzt auf jeden Fall besser aus, oder? Wenn du die Beine noch scharfst? Weil du hast noch zwei Minuten, dann schaffst du. Weil dann könnte es vielleicht gut werden. Könnte vielleicht gut werden, oder? Sieht sogar ein bisschen süß aus. Sieht sogar ein bisschen süß aus. Ja. Weil die Maul hat wirklich alles gerettet. Weil die Maul hat wirklich alles gerettet, oder? Ja. Das sieht gut aus. Ja. Das sieht echt gut aus. Komm schon, schnell. Das ist noch nur eine Minute. And zwei Minuten. And zwei Minuten. Ja, da hat zwei Minuten. Okay. Okay. Das sind echt dicke Beine. Das sind echt dicke Beine. Das sieht schon etwas besser aus. Mach doch den Schwanz von den Kokonien. Ja, stimmt. Die haben doch immer so einen wirklich sehr langen Schwanz. Jetzt kommt der Schwanz. Jetzt kommt der Schwanz. Den hätte ich wirklich beinahe vergessen. Das war es auch schon wieder. Das war es auch schon wieder komplett. Ist auch irgendwie das Wichtigste. Ist auch irgendwie das Wichtigste beim Kokonien. Weil das ist... Das ist... Egal. Final Minute. Final Minute. Komm schon, du machst das. Oh mein Gott, das sieht wirklich gut aus, oder? Oh mein Gott, das sieht wirklich gut aus, oder? Es ist ja nicht super einfach ein Krokodil zu machen. Äh, das machen müsste ein bisschen... Nein, das sieht gut aus. Ich versuch's das noch ein bisschen anders zu machen. Oh mein Gott, nein, mach das nicht. Du machst uns alles weg. Oh mein Gott. Was machst du da weiß? Was machst du da weiß? Was machst du da weiß? Das ist die letzte Sekunde... Guck mal, 33 Sekunden, was machst du da? Ja, ich versuch's das Maul noch ein bisschen groß. Ich versuch's das Maul noch ein bisschen groß. Lass machen. Mach, beeil dich dann. Kannst du eh nicht machen. Los, beeil dich dann doch. Mach mal. Alter. Mach. 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 Ja. Super. Lass es jetzt. Lass es gut aus. Komm schon, du machst das. 6 Sekunden. Komm schon, du machst das. 6 Sekunden. Oh mein Gott. Mach 10 rein. Lass sie gut aus. Lass sie gut aus. Okay, lass sie gut aus. Okay, lass sie gut aus. Jaaa? Okay, Leute. Das ist eine Schildkröte. Meine Augen brennen und das sind manchmal so richtig rot. Das sieht aus wie eine Schildkröte. Ja, hab ich. Das sieht aus wie eine Schildkröte. Das sieht aus wie eine Schildkröte. Ein Auge. Ich denke mal, das soll eine Schildkröte sein. Ja. Oh, den sieht man kaum. Oh, den sieht man kaum. Aber das sieht eher aus wie... Das sieht eher aus wie ein Flüchtling. Das sieht eher aus wie ein Glas. Der hat Grün an der Art. Der hat Grün an der Art. Ah, der will noch wechseln. Ah, der will noch wechseln. Okay, das ist gut, oder? Okay, das ist gut, oder? Machen wir. Machen wir. Aber guck mal, die Augen sind es. Aber guck mal, die Augen sind es. Egal, egal. Mach wirklich, mach grün. Ich kann nicht mehr wechseln. Der hat sogar ein Zimmer. Ja, egal. Der hat sogar ein Zimmer. Das soll 3D sein. Das alles ist 3D. Das alles ist 3D. Das ist eine Schlange. 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 Und jetzt kommt eins. Okay. Das ist eins. Okay. Das ist eins. Was haben die so in der Hand? Was haben die so in der Hand? Orange. Gelb. Orange. Gelb. 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 Grün. Oh mein Gott. Grün. Das ist das eine Hand. Das ist das eine Hand. Oh mein Gott. Vielleicht gewinnst du. Vielleicht gewinnst du. Äh. Jetzt ist ein grüner Hund. Jetzt ist ein grüner Hund. Ein grüner Hund. Ein grüner Hund. Jetzt stimmt das。 Krass. 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 Und. Okay. Und. Okay. Wer hat gewonnen. wer hat gewonnen das sind nur er wollte das ist ja nicht fertig ich kann irgendwie sehen dass es auch irgendwie auch wie eine exe das ist ein froschen ja doch irgendwie auch ein exe das ist okay das ist okay er hat gewonnen ich bin doch nicht mal dran egal noch eine runde egal noch eine runde das kann ich gut alter was das ich kann gut gemacht habe ich schon so oft gemacht ist man schon heute ein freund von mir hat ein video das spiel ist echt echt gut wenn ihr sehen wollt wenn ihr sehen wollt dann lasst einen daumen hoch dann schickt er es mir ja also daumen hoch das ist ein bisschen komisch alles klar noch ein bisschen leise bitte ich mache gerade ein video ich mache der e musik rein es wird es wird es wird wirklich ein das schiff ich glaube schon machen einfach so ein brot das könnte noch was werden leute und leute lasst ein like da wenn ihr mehr videos mit mir sehen wollt das dauert ich kann mir das nicht ansehen ich bin mehr schwerer warum breitet sich das nicht aus warum breitet sich das nicht aus ich hab keine ahnung aber ich hab noch genug zeit aber ich hab noch genug zeit ich werde es schaffen ich werde es schaffen ich werde es so richtig das ist so ein bisschen ich muss mich um das boot kümmern ich glaube das wird jetzt was für doof das gut nach einer flagge oder halt so was auch gut wenn das wasser nicht gemacht hättest das wasser nicht gemacht hätte es dann wäre wäre das auch viel schöner ich kümmere mich jetzt noch das wasser macht das muss ich aber das boot fertig ist es soll kein schiff werden ein boot bestimmt machen die anderen so richtig ich mache titanik auf einmal wirklich auf einmal wirklich ich wette einer macht titanik also hat es vor so ein titi was vor seinem computer sitzt und denkt sich so ja ich mach mal die titanik als auch gibt kein gut schade das hätte ich noch da keine boote noch auch so ja wegen titanik also rettungsschiffe das wird nicht die titanik sein ja wir schaffen das moritz der baumeister hochgezogen ist doch egal so pingelig ich fand das echt gut okay das ist möglich das ist wirklich ja ich weiß ich bin noch nicht bescheuert man kann da rein bei mir aber auch ich glaube dazu müssen wir nicht sagen oder der hat gelb in der hand macht das weg macht das weg was ist da ein boot das ist doch kein boot das ist ein floß ein floß ein floß kein floß kein floß okay das ist geil oder okay das ist geil oder ich war zweiter ich war zweiter das ist ich bin mir jetzt ich bin mir jetzt immer das hat was gewonnen ja wenn ich das machen würde wäre ich glaube ich letzter platz weil ich kann nicht bauen auf PC das ist sogar ein Lenkrad das ist sogar ein Lenkrad äh er ist ein Auto ja er ist ein Auto ja ja nein Spaß ich hoffe darauf am Ende so wirklich zu bekommen scheiße hohr das scheiße hohr das war knapp Ich bin wieder Dritter! Ich bin wieder Dritter! Immer bin ich nur Dritter! Das war's mit dem Video! Ich hab selbst gefallen, ich hab keine Daumen! Und ciao! Und ciao! Und ciao! Tschüss!